Hallo Leute, heute möchte ich euch das Lösen von linearen Gleichungssystemen mithilfe des Einsetzungsverfahrens näher bringen. Das Einsetzungsverfahren wird verwendet, wenn man eine Variable an, zu einer Variable Angaben hat. Hier zum Beispiel y. y gleich minus 2x plus 3. Also machen wir einfach 7x plus 3 mal Klammer auf minus 2x plus 3. So, nächste Zeile wie im linearen Gleichungssystem das gleiche hier hinschreiben. Ist ja linear. Plus 3. So, jetzt klammern wir hier aus. 7x plus einmal minus 6 plus minus 6 plus minus 6. Ich schreibe hier einfach minus 6 hin. Und plus 9. Gleich 14. So. Hier noch eben in die nächste Zeile. y gleich 2x plus 3. So. jetzt minus 7x minus 6x ist x. x plus 9 gleich 14. Und einmal y gleich 2x plus 3. So. Jetzt müssen wir einfach x plus 9x plus 9 gleich 14. Hier einmal minus 9. Dann haben wir hier x gleich 5. Und dann können wir hier hier einmal x einsetzen. Also 2 mal 5 sind 10. y gleich 10 plus 3. So. Und das ist... Ach nee. Wir dürfen nicht mal 2, sondern mal minus 2. Entschuldigung. Das hatte ich vergessen. Also minus 10 plus 3. So. Das ist minus 7. Also haben wir unsere Lösungsmenge. Einmal 5 und minus 7. Danke fürs Zuschauen.